Manchmal ist die Operatorwahl gar nicht so einfach und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Bombe der Fuse. Ach ne, ich nehm jetzt mal... Ne, ich nehm Fuse. Das ist immer so schwierig mit so vielen Operatoren. Dann sind es doch immer die gleichen. Das ähnliche Probleme habe ich beim LSK, mit den vielen Auswahlen. 500 Traktoren, aber nimmst immer bloß den einen halben. Ne, ich hab ja Lenkrad und die Seitenkonsole. Ach, die aus dem Video hier, von dem Busfahrer, was du mir mal gezeigt hast. Weiß ich nicht. Für den LS gab es ja Lenkrad und Seitenkonsole. Die Seitenkonsole gibt es ja jetzt extra. Ach stimmt, das war ja speziell für den Bussimulator, deswegen auch mit Buskonsole, was ich gerade gut gemeint habe. Da haben wir doch mal ein Video angesehen, wo der oben auch die nächste Haltestelleanzeige hatte. Weißt du es noch? Äh, kann sagen. Da hat er über seinen Bildschirm die, äh, aus dem alten Bus die Anzeige dafür. Oh, hier sind unten. Keiler. Unten kommt die Grabschfrau. Ja. Grabschfrau ist bei dem Turm, bei dem Holzturm, im Keller. Da ist die Bombe. Ach, da ist ja der Stöße in der Scheiße. Ja, eine Bombe habe ich. Ne, ich habe jetzt, ich habe ja das G29 und die Seitenkonsole heute mal angeschlossen. Mhm. Und dann halt, Tastenkombinationen hast du ja jetzt ohne Ende, weil du auch kombinieren kannst. Also zwei Tasten, drei Tasten, kannst du ja miteinander zusammen für eine Funktion machen. Äh, kommst du nicht. Entschärfer wurde erneut, die wir hier nicht entschärfen haben. Oh, kaputt. Meine Kamera. Hier gibt es noch zwei auch was. Ach, äh, drei Gegner raus. Warum? Das ist ja jetzt blöd. Hauptsache es kommen jetzt schnell welche nach und die anderen gehen nicht noch raus. Das wäre echt krass. Wer nachgekommen sind, sind sie ja schon. Ja. Zweite Kamera bei der Windmühler kaputt. Hast du dich um die dritte gekümmert? Ich hab, ich hab schon mal... Ah, was? Ah, ich wusste, äh, so ein Gegner verbleibt. Ah, 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 ah. Sprengladung scharf gemacht. Oh, scheiße. So, du bist da hinten. Ach, Mann, ey. Sie sind unbeschädig. Sie sind unbeschädig. Muss man eigentlich hin? Ach, ein Keller. Stimmt, ja. Das hab ich jetzt nicht gesehen wegen dem ganzen aufgemalten Zeug. Da stirbt schon wieder einer. Ha. Gegner eliminiert. Eigner von Erfolgreich. Na gut, von der Bus 2. Ah. Ich wollte noch füßen. Ach, hier bei den, bei den Handtüren. Hey, da laufen die erstmal dran vorbei an dem Raum, oder was er ist. Jo. Oh, Mann. Stimmt ja keinen neuen Tag. Mhm. Altbewährtes. Jetzt musst du aber auch mal spielen damit. Na, erst nächstes Jahr. Einmal dreckig machen. Ne, solange ich nicht spielen, ist noch neu, also... Am besten gar nicht spielen, damit sie neu bleiben. Du darfst ja gar nicht das Spiel spielen. Oh, nein. Die Installe ist gleich. Bin mal kurz weg. User left your channel. Los geht's. Los geht's. Ja, ich hab den installiert. Alle Cheats weg. So, diesmal denke ich an meine Jäger, wenn meine Jäger kamen. Bumbe, äh, Mann. Platten. Resten. Weinig. Frau Frost, bitte weggehen. Will da platzieren. Mhm. Will da platzieren. Sie wissen, dass wir oben gehen? Mhm. Ich hab grad ne Kamera auf dem Weg nach oben zerstört. Noch ne Kamera. Ah, hier außen muss noch... Hast du noch was zum Verstärken? Ja. Seh ich jetzt erst. Dass hier zwei Wände sind. Wo? Da? Ach, das macht grad Frau Frost. Was? Dann schreibt jemand rein, dass wir oben sind. Haha. Der Gegner hat das geschrieben. Hier macht schon jemand Holz auf. Okay, das war woanders. Haben die Glässe oder wer ballert da so? Oh, die sind auf dem Dach. Also gleich bei mir. Frau Frost, geht schon gut. Nee, die sind hier bei mir auf dem Dach. Ah, okay. Ah, okay. Die wollen noch gar nicht rein. Oh, wo hier ist schon offen? Ah ne, der ist ja gegenüber. Ah, okay. Hä? Oh, ich mach den mit auf. Ah, hier bei mir haben sie aufgesprungen. Da macht noch jemand zu. Ja, das bin ich. Mhm, mhm, mhm. Ich mach dir mit Holz auf. Das bin ich nicht. Verstärkung. AVS hat gegriffen. Also irgendwo in der Mitte, bei dir. Wenn man mich nimmt auf. Da. Ja. Hab angeschossen. Ist verletzt. Identifiziert. Oh. Ja, ich hab Punkte geklickt. Dachte. Aber auf jeden Fall angeschossen. Zieh mich. Aber geh weg, Frau Frost. Ich schieß den denn schön hintern. Schöne Kamera. Kamera kommt rein. Ich hab Verbündeten angeschossen. Aber auch die Kamera. Aber auch die Kamera. Ich trau mich wieder nicht zu blinzeln. Auf alles greift jeder. Ah, stimmt ja. Ja, der ist wirklich komplett offen. Scheiße. Da kann man mir in den Rücken fallen. Hier salzt sich jemand bei mir ab. EMP-Mann war das doch. Irgendwo macht jemand auf. Das Treppenhaus. Kommt jemand hoch, oder? Da? Bei mir kommt einer Treppe hoch. Okay. 33 Sekunden. Und die stürmen gleich. Achtung. Die müssen uns umbringen. Das schaffen die nicht. Entschärfen. Ich guck mal das Treppenhaus. Guck mal ein Treppenhaus. Ja. Das trampelt auf dem Dach. 15 Sekunden noch. Da. Sie haben gerade vom Dach gefallen. Die haben geschrien. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Das schaffen sie nicht. Tja, da haben sie etwas getrödelt. Ach da, der Jäger. Ist ja nicht schön. Hast du doch gewusst. Extra in Zähne gestellt noch. Extra schön gemacht. Auch mal die Nasenhaare gekämmt. Das ist ja schon wieder Fuse. Ich hab auch noch andere. Was? Wieso ist der Ross? Ich bin noch nicht gestorben. Ich hab noch gar nichts gemacht. Weder gestorben. Der kriegt noch einen Apparator. Der kriegt noch einen Apparator. Was? Cass sagt mir was. Also diesen Namensansatz. Mehrere Gäste. 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 Er kriegt einen Rekrut, wenn überhaupt. Ja, ja. Aber Hauptsache, er kriegt durch den Rekrut. Wobei... Wobei, der bekommt... Der kann auch einen anderen bekommen. Also hatte ich auch schon. Echt? Nee. Darf bloß zugucken. Nee. Darf bloß zugucken. Scheiße. Na, wer gewinnt es vielleicht? Dann darf er Punkte absahen. Oh, bei mir wird aufgemacht. Ich glaub, die sind oben. Ja. Ja. Da stehen sie alle. Aufgeteilt. In der Reihe. Ob sie mich hier sehen würden? Das ist so hell hier. Die sehen mich bestimmt. Hier geht's ja gar nicht dritter. Zehn Sekunden bis Einsatz. Hä? Die Grabsfrau haben sie. Die haben die Grabsfrau. Gucken, ob sie meine Kamera finden. Die ist eigentlich so offensichtlich. Denn die Kamera steht mir gegenüber. Oh. Vorsicht, die haben die Grabsfrau. Zweite Bausteinkamera kaputt. Weiß grad nicht, wo die andere finden muss. Die Grabsfrau ist bestimmt hier in dem großen Turm. Frag doch mal. Frag doch mal die Maus. Boah, der Schatten, ich dachte, da weiß jemand. Oh. Direkt umgenudelt. Die haben da eine Kappkarmine. Dahinter ist die Grabsfrau. Die Grabsfrau im Turm. Die ist im Turm drin. Da oben. Spätergranate ist unterwegs. Ich wusste, aber ich hab da... ...voll eine Arschbombe gemacht. Die Grabsfrau, die Grabsfrau, glaub ich, gleich rum, ey. Ich glaub's ja nicht. Boah, hab ich ein Schwein. Er ist tot. Die Grabsfrau? Ja. Hab ich... Meine Kamera lebt noch. Er hat gleich mal das Spiel verlassen. Die Grabsfrau. Er ist gleich mal der Flüchte. Bei der A-Bombe ist jetzt ein Hans. Der Smaug. Und da ist noch jemand. Nein, die Kamera ist kaputt. Wieso springt denn der nicht mehr rüber, man? Du hast übrigens sehr viel, ne? Mhm. Ich bin auch weit, weit weg. Schreist du da rum, Mann? Ich bin ganz leise. Über mir latschen sie. Hier bei dir. Na, die sind direkt über mir. Ah, die rennen da rum. Schießt ihr irgendwo raus, wo niemand ist? Hm, hier ist blöd reinzugehen. Ich hab noch ne Kamera. Komm. Du bist drin? Ja. Okay. Aber nicht bei den Bomben direkt leider. Ah. Guck mal, ob da irgendwie einer guckt hier. Meins? Ah, Kamera gewechselt. Direkt gegenüber. Ja. Weißt du noch? Da ist doch das Bettzimmer. Ja, aber das ist ja eine verstärkte Wand. Wir müssen von zwei Seiten ran. Ich muss mich... Ups. Ach ja, ich kenn ja Verteidiger. Da kann ich gar nicht offen. Ich komm jetzt mit zu dir. Helft nix. Ist verstärkt. Er ist überverstärkt. Hm, sie schafft nix hier. Vorsicht. Au, ich schieß mich an. Bin tot. Ich hab keinen Konter aus der Entfernung drunter durchgucken. Ja, scheiß drauf, ja. Dann dürfen sie mitspielen, die Neuen. Fünf Sekunden übrig. Ich weiß wieder mal mehr, warum ich im Treppenhaus ungern von unten nach oben kämpfe. Ah, ne, genau. Da. Rechts. Da war ich auch mal. Kämpfer. Ey. Aber ich hab übrigens noch einen killen können. Ach, das war dein erstes, nicht 0, 0, 0. Oder? Was? Ach, du hast hier schon 3, 0, 1. Okay, dann war das die letzte Runde. Ja. Ich hab hier die Grabschrau. Eben in der Runde. Und dann noch... Stimmt, ja. Zum Schluss nochmal so... Da haben sie grad verbarrikadiert. Und ich hab wieder aufgeschossen. Und dann kam wieder einer vorbeigelaufen. Nach mir ist wie ein Krieger. Scheiße. Bein ist der Herzschlagmann schnell. Kameras kommen schon. Okay. Boah, der hat ein Tempo. Ich werd mich auf jeden Fall irgendwo oben hin hocken. Hier ist auch ne Kamera. Ah, da. Twitch-Kamera? Ja, hab ich. Oh, wieso schreist du denn? Twitch-Kamera hab ich. Weil die Twitch mich an... Pinkt. Beide Kameras kaputt. Okay. Bombenstandort sicher. Wirst du mal gucken, wie man den Herzschlag mal spielt. Hast du noch was zum verbarrikadieren? Weil hier ist ja noch mehr Luke. Nee, hab nix mehr. Schade. Aber egal. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Die haben da gar keine Kamera zerstört. Oh, da, alle Leute. Also, drei. Twitch fährt mit der Kamera rum. Vorsicht. Twitch ist unterwegs. Der Besuch kann kommen. Herzschlag-Sensor aktiviert. Was macht der denn hier zu, Mann? Die Scheiß-Offen, ey. Oh, ich hab was entdeckt. Wie spielt man denn den? Mal gucken. Jetzt der Herz wieder weg. Der Herz. Der Herzschlag. Twitch Drohne, ach nee. Ja, die sind bei mir hier. Nee, die sind nicht. Bei mir ist, glaub ich, jemand. Twitch Drohne ist hier grad unten angekommen. Aber die ist da bei dir das Treppenhaus runtergefahren. Hm. So wird sie von da wohl. Ich komm mal zum Treppenhaus. Ich komm mal zum Treppenhaus. Ich setze den Sensor ein. Ich setze den Sensor ein. Nein, da wo du warst gerade die ganze Zeit. Du bist jetzt hier am falschen. Auf der anderen Seite, wo du eben warst. Ich setze den Sensor ein. Genau da ist es. Da. Ich konnte aus die Decke schießen. Nicht wirklich. Nicht mit meiner Waffe. Sensor aktiviert. Ja. Ja. Jawohl. Und noch ein Gegner. Super. Ich bekomme dazu jetzt keine, doch Herzschlag-Assist. Cool. Hm. Ich kann da immer hin pingeln. Ich kann da immer hin pingeln. Das ist echt cool. Nee, noch nicht. Ich such mal. Er wird sich jetzt bestimmt durch verstecken. Nein. Das ist über uns ist er nicht. Smoke macht ordentlich Smoke. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Guck ich mal. Nee, er ist hier. Oh, ist noch da hinten. Okay. Treppenhaus hat er gekriegt hier von uns. Dann geh ich mal wieder auf die Handtücher. Und such mal einen Moment. Nee, ist nichts zu sehen bei mir. Oh, weiter weg. Er ist zu weit weg. Ja. Verstehst du, er ist an der Luca. Ja, da ist er, da. Ach, okay, an der Luca. Es ist an der Luca. Ah, ich höre ihn. Tod. Es hat Spaß gemacht, den zu spielen. Weiß nicht, ich komme damit irgendwie nicht klar. Ach, Alter. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Ja, bei Nacht die Sonnenbrille auf. Das ist Herzschlag, Mann. Ja. Du mit einer Blümchenwaffe wieder. Mhm. Aber ich bin sogar MVP oder gar nicht mitgekommen. Deswegen bist du dir so aufgefallen. Diese Pseudoblümchen auf der Waffe. Also ich habe ja noch gar keine Waffenlackierung ausprobiert. Wird bestimmt auch nochmal kommen, aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss. 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 Tschüss.